Hey Leute, bevor das Video beginnt, würd ich mal kurz sagen, ihr könnt mir am neuen Profilbild halt, ähm, Ding, ähm, mein Logo, ähm, kontinuier, ähm, neues Design, wär echt nett, weil ich brauch mal ein neues, kaum, hab auch auf neues, also ihr könnt's mir hier, ähm, auf Instagram, ähm, schicken, also, ähm, wenn ihr sowas könnt und so, wenn ihr's machen würdet, also gut, los geht's mit diesem Video. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, und so, ich bin mir hier immer wieder, Shadow Fight 3, ist immer ein bisschen länger nicht gekommen, aber, jetzt kommt's mal, ja, so, ähm, also, ich hab einfach versucht, ein Spiel aufzunehmen, ähm, das ging nicht, deswegen kam letzten paar Tage kein Video, einfach sorry, deswegen, ja, nicht an mir, sondern an dem Aufnahmprogramm, weil, ich wollte Aproject Bluff nehmen, aber, aber, es geht irgendwie nicht, deswegen hab ich jetzt das Spiel aufgenommen, das geht irgendwie, also, Aproject Bluff zu nehmen, geht nicht, keine Ahnung warum, dann mach ich mal die Truhe auf, so, was gibt's nicht alles Schönes hier, Shriekens, Money, und, ja, Mensch, leicht im Dunkeln, okay, Kampf im Dunkeln, sag mir, was du kannst, Alter, ich glaub, der kann mehr als ich, so, es kommt, du kleiner Paul Berger, was, Frontline, hab ich schon vor, nachdem irgendwas gelesen, oh, hab ich den, oh, der hat mir das Genick gebrochen, anscheinend ich ihn, oh, das Schwert, jetzt hab ich's früher so gefeiert, jetzt ist ein richtig geiles Schwert, naja, einschlagt auch zu, und so, piu, piu, oh, das ist ein krasser Typ, Alter, sag mal, wo ich jetzt hier, Mann, so ein Paul Berger, Scheiße, Alter, der nimmt mich ja richtig durch, Scheiße, hier, der mich einfach durchnimmt, ne, ich schwöre, oh, jetzt hab ich ihn, als ob der mich einfach abgeknallt hat, während ich so ein scheiß Ding gemacht hab, und, aua, das hat mir jetzt wehgetan, ja, Scheiße, ähm, ja, auf jeden Fall kommt dem Mix, vielleicht morgen wieder ein neues Video, so, kaum, der Front-Typ, der ist auch stark, irgendwie, komm her, doch, kleiner, Scheiße, okay, jetzt besiege ich den, zäh, das mach ich schon kaputt, als ob ich den, nicht, ähm, hochgenommen hab, Alter, komm jetzt her, du, kleiner, Scheiße, ich steig einfach nur die ganze Zeit, für mich, okay, Zigarre nichts, weil das so ein, äh, beschissener Kampf im Dunkeln ist, oder, was ist das für ein, das ist ein richtig starker Typ, also, die Antacke, die man schaden, macht, wollen mich hochnehmen, oder was, und jetzt, nein, achso, das hat er gemacht, deswegen, kann ich mich hochnehmen, aber, ich habe ihn, nicht, ja, doch, er ist tot, okay, der Frontliner, der ist ganz schön gut, vor allem Dunkeln, der nimmt er mich richtig hoch, kleiner Wechsel, ja, also, ähm, ähm, also, Leute, falls ihr, ähm, Profil, also, mein neues Logo machen könnt, vielleicht mit meinem Kanal, dann, ähm, schickt es mir bei Instagram, ähm, also, das wäre echt nett, wie man vielleicht uns machen würdet, für meinen Kanal, neues Profil, Logo, also, ich würde es auch nehmen, wenn es gut ist, also, nicht von Google kopieren, oder es soll man einfach selber machen, weil, ähm, ja, das ist ein bisschen besser, dann, ähm, bestimmt, so wenig Schaden, so wenig Schaden, lol, oh man, die Welt ist schon von Shadow Fight 3, kann mich jetzt schon gar nicht mehr aufregen, so, was gut machen wir dann, in Spielen online, online, ein bisschen ist er besser als ich, aber, nicht besonders, okay, doch, ja, ich würde es schon sagen, pisse, tü, tü, ja, Pstisch, Alter. Oh Mann. Wir haben einfach beide nicht getroffen. Komm mehr, du kleine Stück Scheiße. Leute, ich habe einfach für ihr Wurfstern verloren. Dumm. Oh. Fakt, so hat ich viel Schaden gemacht. Ey, die rastet ja komplett aus. Sag mal ruhig jetzt, ey. Sag mal nicht so aggressiv. Hallo, sag mal nicht so aggressiv jetzt. Ey. Ey, du Stück Scheiße. Ich mach dich kaputt. Du bist da hoch. Njung. Njung. Oh, ich habe es gefühlt. Und ich bin tot. Oh. Ja. Das war auch irgendwie klar. Ptututu. Kampf gegen Ptututu. Okay, Ptutututu hat aber auch viel Leben. Aber so war ich fiki, 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 bär, alter. Das ist mir schielte. Das war schon kaputt. Das kommt ja, du Stück Scheiße. Krittisch. Kombo. Ähm, sieben Kombo. Ja, moin. Das mach ich jetzt kaputt. Das hab ich jetzt einfach grad gemacht. Hm. Die kommen einfach aus dem Eck nicht raus. Ja, bis es sich jetzt gewertet hat, ist auch noch grad so schön. Hallo. Hallo, sag mal ruhig jetzt. So ein Stück Schüssel. Und. Boah. Also. Ich mach die fertig. Guck mal, du Stück Schüssel. Und sie ist down. Und ich werde schon reingeschoben. So. Toll. Krass besiegt noch. Also das war richtig krass. Also besonders stark ist die schon. Die. Du Stück. Du schellst. Du Stück. Du Stück. Du Stück. Ich in die ganze Zeit sch Okay. Du vier. Du Stück. Kämpfer. Also wenn es euch gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr GTA oder so sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Spiel hier mal sehen wollt. Also, ciao. Leute.